Moin hier ist Max, ich bin mal unterwegs mit Tim, meinem besten Kumpel hier und wir sind ein bisschen auf der Suche nach neuen Fotolocations speziell für Autoshoots und was weiß ich was wir finden. Also bleibt dran, mal gucken was wir so sehen. Was ne schöne geile lange Strecke da hinten, film mir jetzt nicht ins Ohrmann. So ohne Auto ist das noch ein bisschen langweilig hier, aber mit Auto wird das glaube ich richtig gut. Darf mir ja ins Ohr zu filmen Arsch. Weißt du was ich an dem Teil hier eigentlich am besten finde, warte ich schraub mal ganz kurz die GoPro ab damit wir es einmal sehen. Next Level Vlogging hier, pass auf, das ist nämlich ein 3 Meter Selfie Stick. Das Ding biegt richtig durch Hallo da oben, was ne Scheiße, aber da kann man bestimmt was mitmachen. Ich hab noch gar nicht erzählt, was für ein Auto ich als nächstes fotografiert. Tim, der verdammte Ehrenmann hat mir ein Shoot mit einem roten Ford Mustang GT organisiert. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ja und deswegen, wir suchen gerade was schön grünes hier, damit man so ein bisschen Kontrast drin hat, weil dieses Rot einfach generell sehr ballert. Jetzt können wir hier nämlich schön mit Tims Karre Probe shooten, danke Tim, aber geile Location auf jeden Fall. Ich zeig das hier gleich nochmal ein bisschen weiter. So mal gucken, das ist jetzt, hier vorne ist sozusagen ein Polarisierer vor, ein Polarfilter, und wenn ich ihn jetzt drehe, dann fällt er mir gleich ab, äh Moment, so, wenn ich ihn jetzt drehe, dann nimmt er die Spiegelung aus der Scheibe raus und kann sie auch wieder reinpacken. So, hier nochmal der Polarfilter Effekt von der richtigen Seite. Also das ist Tim mit seinem Selfie-Stick, das sieht jetzt noch in Ordnung aus. Jetzt halt den mal seitlich, dass man sieht, wie lang der ist. Ich krieg den gar nicht mit ganz auf das Video, haha, oh mein Gott. So, das ist jetzt Tim mit dem extra langen Selfie-Stick. Oh Gott, sieht das lächerlich aus. Oh Gott, sieht das aus. Na, jetzt ist es hier vorbei. Ein Stück zurück. Ein Stück zurück noch. Das ist ein Baggersee und man sieht das vielleicht nicht schnell aus, das müsst ihr euch ansehen. Warte mal. Da ist einfach ein Baum auf einer fucking Insel. Da schwimmt irgendwer. Da. 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 Da.